Servus Leute, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video hier bei KFTV. Tja, lange mussten wir warten, doch jetzt ist es endlich soweit. Das neue Emi Bulls Album Love Will Fix It kam am 12. Januar 2024 endlich raus. Fünf Jahre nach dem Coveralbum Mixtape und sogar fast sieben Jahre nach dem letzten eigenen Emi Bulls Album Kill Your Demons dürfen Fans sich jetzt also endlich wieder auf neue Mucke von den Jungs freuen und ich bin so, so, so gehypt. Ich habe das Album hier als Limited Fan Box und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So, out of the box bekommen wir hier als allererstes mal einen Flyer für das Pre-Order von der neuen Emi Bulls Platte Love Will Fix It. Witzig, ist ja halt drin. Auf der anderen Seite sind noch die Tourdaten. Ich halte hier gerade einen QR-Code zu, damit mein Handy nicht irgendwelche komischen Sachen macht. Hier seht ihr die Tourdaten. Dann haben wir hier noch einen ganzen Haufen Sticker von Arising Empire. Ja, von Art of Vogue. Oh, muss so hinhalten, ja. Dann haben wir hier noch einen Flyer fürs Full Force. Und noch einen Sticker. Und ein Danke für deine Bestellung, Retourenschein. Und dann haben wir hier nochmal vom Arising Empire Shop. Ja, eine kleine Übersicht. Uh, neues Anisoki Album, geil. Genau, das ist erstmal alles, was da so oben drauf liegt. Ja, und da haben wir jetzt das gute Stück. Love Will Fix It, die Limited Fan Box. Ich finde das Design so geil. Das ist so geil sleek mit diesem Schwarz und diesem... Und den... Also es ist ja nicht Gold, aber es erinnert so ein bisschen an Gold mit der Schrift und den Schnäbeln hier von den Schwänen, die ja ein Herz bilden. Love und so, ne. Das ist so... Das sieht so edel aus, einfach. Auf der Rückseite haben wir dann dieses neue Logo, dieses neu gestaltete Logo in einer Art Sonne. Oben, unten, links, rechts sind Logos. Und ja, ich würde sagen, machen wir es mal auf. So, da haben wir das gute Stückchen ausgepackt. Ja, und man merkt schon beim Trubefahren, dass es sehr, sehr hochwertig verarbeitet, sehr, sehr edel. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf und schauen mal rein. So, und dann haben wir hier die Contents. Das hier scheint Polstermaterial zu sein. Und dann haben wir hier als allererstes natürlich die CD nochmals separat eingepackt. Ja. Wir sehen zwölf Songs. Mit dem Schwan auch. Ja, das ist geil, das ist geil. Und da schauen wir auch gleich nochmal rein. Hier haben wir dann als nächstes die Emil Bulls Love Will Fix It. Ja, ich mach mal eins auf. Na, kann man es lesen? Ritex-Kondome sind für die Anwendung beim vaginalen Geschlechtsverkehr bestimmte Medizinprodukte zur Empfängnisverhütung und zum lokalen Infektionsschutz. Love Will Fix It. Wir haben... Ich will wissen, ob da... Ich will wissen, ob da ein Logo drauf ist. So. Ach, schön. Machen wir jetzt eins auf? Gefühlsintensiv. Machen wir eins auf? Ja, komm, wir machen eins auf. Ah, ist ohne Logo. Okay, schade. Gut. Ich, äh... So. Okay. Äh, Emil Bulls. Kondome. Love Will Fix It. Die Liebe wird es schon richten. Sehr gut. Okay, das legen wir mal zur Seite. Beziehungsweise ich lege es mal hier drüben hin. So. Dann haben wir hier als nächstes ein Kästchen. Und hier haben wir noch mal ein... Ah, das ist der Backpatch. Das ist ein Patch für eine wunderschöne Kutche. Zum Aufnehmen. Der sieht sehr gut verarbeitet aus. Ist von hinten so. Wunderschön. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal hier rein. So. Ah, richtig. Da kommt schon mal ein Kabel raus. Und hier haben wir dann, wenn ich es rausbekomme, wir haben Earbuds. Oder... Ihr, also... halt kabellose Kopfhörer. Ah, krass. Ich habe sowas noch nie besessen. Ich weiß nicht, wie die Haptik von sowas ist. Aber, das ist geil. Fokussiert das? Da ist das Logo drauf. Wie geil ist das denn? Und, das ist auch so... Das ist alles magnetisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt total die normalen Infos sind für Leute, die sowas besitzen. Aber, das ist so... Aber, das ist so... Es spricht so... In place, weil es magnetisch ist. Das ist geil. Ich hatte sowas noch nie. Die werde ich direkt mal aufladen und benutzen. Und, vielleicht erzähle ich dann im Podcast, wie die Klangqualität von denen ist. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, dann haben wir hier nochmal Platz. Damit wir jetzt hier noch schön in die CD reinschauen können. So, da haben wir das gute Stück. Schön matt. Wir gucken uns nochmal hier die Rückseite an. Und dann schauen wir gleich mal hinein. Ah, da kommt natürlich erstmal ein schönes Bild raus. Oh, halt. Ich habe eine Seite vergessen. So. Da haben wir sie. Die guten Jungs. Gucken, dass es hier nicht so spiegelt. Wunderschön. Und da haben wir die CD. Amy Bowles, Love will fix it. Und dann haben wir hier drinnen noch das Booklet. Das Friemliche gerade mal raus. So. Und da. Ah, da sind die Texte drin. Sehr, sehr gut. Und Bilder. Ach, schön. Der Moik. Ah, nice. Sehr, sehr cool. Boko, ey. Geiler Typ. Und der Pasi. Der Pasi ist echt cool. Ist ein cooler Dude. Es ist schade, dass der Jamie nicht mehr mitspielen kann. Aber der Pasi ersetzt ihn sehr, sehr gut. Das ist... Also der Jamie ist natürlich nicht zu ersetzen. Aber der Pasi macht das sehr, 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 sehr gut. Ja, und dann haben wir hier hinten noch die Credits. Sehr, sehr schön. Was steht da? Das Album ist dedicated to our fans and friends. Long live the Geziffer. Family means family forever. We love you, Amy Bowles. Schön. Schönes Ding. Das bekommt man also, wenn man die Limited Fan Box vom neuen Album bestellt. Ich lege hier nochmal alles zusammen. Den Patch. Die CD. Die Kondome ohne Logo. Die Kopfhörer. Und den ganzen Flyer-Kladderadatsch. Den lasse ich jetzt mal weg. Ja, das sind die Contents von dieser Limited Fan Box. Ich bin überzeugt. Und ich knall mir das Album jetzt mal rein. Und dank der Magie des Videoschnitts springen wir jetzt direkt zur Review. Auf jeden Fall ein echt schönes Ding. Und Unboxing habe ich ja schon öfter gemacht. Unter anderem auch schon zu dem Amy Bowles Album. Ich habe damals die Box von Kill Your Demons geunboxed in dem Video. Ich packe euch das Video mal hier oben in der Infocard rein. Könnt ihr da mal reinschauen. Und weil ich aber schon mal hier bin, dachte ich mir, ich könnte ja auch mal ein Album-Review machen. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Und deswegen gehen wir die Songs jetzt mal gemeinsam durch. Wie wir schon gesehen haben, hat das Album zwölf Songs. Es hat eine insgesamte Lauflänge von ungefähr 47 Minuten. Und den Anfang macht der Song Backstabbers. Direkt zu Beginn von dem Song hört man so einen Effekt auf Christophs Stimme, den ich so gleich bei den Amy Bowles noch nie gehört oder zumindest noch nie wahrgenommen habe. Und das ist irgendwie, im Podcast Mud Blood & Beer haben sie Jungs erzählt, dass sie mit dem neuen Album versucht haben, eine Fusion hinzukriegen zwischen dem guten alten Bulls-Sound und aber auch neuen Sachen. Und irgendwie, sie haben viel rum experimentiert und sie wollen sich natürlich auch musikalisch irgendwie weiterentwickeln und nicht nur auf derselben Stelle stehen bleiben. Und ich finde, dem Song merkt man direkt an, dass man versucht hat, das so zu kombinieren. Und deswegen finde ich, dass der Song eine echt geile Opener-Nummer für das Album ist, weil das direkt so den Weg ebnet für, wie die nächsten elf Lieder sein werden. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, weiß ich nicht, der Chorus hat wieder den total gewohnten Amy Bowles-Vibe. Und man fühlt sich so direkt wie zu Hause. Und das ist ein schöner Start ins Album. Als nächstes kommt dann die erste Single-Auskopplung vom Album, The Devil Made Me Do It. Und zu dem Song habe ich eine Reaction gemacht. Die packe ich euch auch mal hier in die Infocard oben rein. Könnt ihr gerne mal reinschauen. In dem Video habe ich schon erzählt, ich war am Anfang skeptisch. Weil, das Ding ist, ich fand Sacrifice to Venus damals ein ultra geiles Album und Kill Your Demons war dann auch ein sehr gutes Album. Aber das hat sich vom Sound in eine Richtung entwickelt, die mir nicht mehr so gut gefallen hat, wie der Sound von Sacrifice to Venus. Das war mir nicht mehr eben ebullsig genug. Oder halt nicht das, was ich von denen mochte. Und ich hatte halt Angst, dass das neue Album jetzt sich wieder noch einen Schritt weiter weg entwickeln würde und ich den Sound dann vielleicht nicht mehr gut finden würde. Weil ich mag die Band ja total. Und das ist ja dann total schade, wenn eine Band, die man geil findet, Musik rausbringt, die man nicht mehr geil findet. Deswegen war ich da, wie gesagt, am Anfang etwas skeptisch. Aber nach dem ersten Mal hören von The Devil Made Me Do It war das sofort alles wieder weggefegt. Der Song ist so ein Brett und der war live am Christmas Bash in München. Auch so geil. Apropos live. Ich sehe die E-Mail Pulse am 27. Januar in Ulm im Roxy. Falls da irgendjemand von euch da ist, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwie treffen. Und die Chancen stehen ganz gut, dass ich da einfach mal wieder so ein richtig schönes, oldschooliges On-the-Road-Video drehe wie früher. Da dürft ihr auf jeden Fall mal gespannt bleiben. Weiter geht's dann mit dem Song Happy Birthday, You Are Dead To Me. Der Song ist so richtig schön düster und irgendwie so eerie und hat so ein bisschen so einen gruseligen Vibe, finde ich. Diese disharmonisch verzerrten Gitarren, die rufen mir so einen Horrorfilm-Vibe vor. Ich weiß auch nicht. Und auch so die Message von dem Song, so mit diesem, das lyrische Ich geht mit einer toxischen Person um und rechnet mit dieser Person ab und will diese aus dem Leben verbannen und so. Der Text und der Sound passen hier irgendwie echt verdammt gut zusammen. Das ist so ein guter Spagat, der da hingekriegt wurde. Den finde ich echt nice, den Song. Nach den ersten 20 Sekunden von Levitate war ich sofort drin. Der Song, der Tempo, der geht nach vorne und solche Songs, die finde ich geil. Und der Gesang bremst den Song dann aber irgendwie aus. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als würden Gesang und Instrumente auf unterschiedlichen Geschwindigkeiten spielen. Es ist trotzdem ein verdammt guter Song und ich kann mir vorstellen, dass der live richtig abgeht, weil der hat so im Refrain so so Mitgröhlteile, die man gut mitschreien könnte in so einer Menge. Der wird live bestimmt echt eine Wucht werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nummer 5 ist dann Whirlwind of Doom. Das war die zweite Single. Musikalisch richtig nice. Man hat ja auch in dem Song einfach probiert, so mit den andersartigen Screams so ein bisschen Neues reinzubringen. Das kennt man so von Christoph eigentlich nicht, dass der solche Töne von sich gibt. Er hat es gut hinbekommen. Es klingt gut. Und textlich ist der Chorus etwas repetitiv. Das ist halt so. Aber das tut dem Song keinen Abbruch, weil der ist catchy as fuck. Ich erwische mich selber immer wieder dabei, wie ich so Doom, Doom, Doom vor mich hinsinge. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Der nächste Song heißt The Ghosts That You Have Called und starte direkt mit schönem Clean-Gesang. Das finde ich schön. Der Christoph, der kann sehr schön clean singen. Und bei dem Song ist mir beim ersten Mal hören auch nochmal aufgefallen, wie sehr man in dem Album jetzt versucht hat, den alten, guten alten Bulls-Sound und diese ganzen neuen Ideen und Ansätze so zu verschmelzen. Weil der Song, ich hatte ja beim Hören das Gefühl, der Song fühlt sich gleichzeitig brandneu und gleichzeitig uralt an. Und das ist auf jeden Fall einer der besseren Songs auf dem Album für mich. Definitiv Top 5. Weiter geht's mit dem Titeltrack, Love Will Fix It. Und der war ja auch die letzte, dritte Single, bevor das Album jetzt rauskam. Und ja, was soll ich sagen? Ich fucking, ich liebe diesen Song. Ich liebe diesen Song. Der hittet einfach jedes Mal, wenn ich den höre, irgendwo ganz tief drin. Der ist so schön melancholisch irgendwie auf eine Art und ist so sehnsüchtig. Und der Chorus hat so geile Harmonien. Und der ist einfach so, wenn man das hört, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber der hört sich so satt an. Der ist einfach, der hat geilen Sound. Das ist ein richtig geiler Song. Das ist auf jeden Fall für mich der beste Song des Albums. Und der, der, das ist, man hat ja von einer Band immer so einen aktuellen Lieblingssong. Und das ist auf jeden Fall Love Will Fix It für die Bulls, für mich jetzt. Das ist, das ist der Shit. Der Song ist einfach nur geil. Zu Warp Wind of Doom und zu Love Will Fix It habe ich übrigens so eine Doppelreaction gemacht. Auch das Video packe ich euch mal in die Infocard. Der gefühlt erste ruhige Song des Albums heißt Sick. Und es geht, wenn ich das richtig verstanden habe, um sowas wie toxische Liebe oder um eine Beziehung, in der der eine nur gibt und der andere nur nimmt. Da ist ja immer so ein bisschen Interpretationsspielraum, ist ja immer musikalisch auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Song und der einen irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen runterholt. Und ich habe das Album jetzt so zwei, dreimal komplett durchgehört und habe das Gefühl, der Song, der ist ein Grower. Den fand ich beim ersten Mal hören mehr so mittel, muss zugeben. Und je öfter ich ihn gehört habe, desto besser fand ich ihn. Und ich glaube, so ist das Album auch generell. Ich bin gespannt, ob der live gespielt wird und ob mir der dann tatsächlich nach noch mehrmaligem Hören sogar noch besser gefällt. Energiegeladen geht es danach weiter mit der Nummer She Ain't Coming Home No More. Auch hier wieder schöne Mischungen aus Altem und Neuem. Allerdings muss ich jetzt mal was ansprechen, was mich bei manchen Songs tatsächlich auch sogar ein bisschen nervt. Ich will hier die Jungs nicht einfach nur blind in den Himmel loben, sondern ich will hier auch ja Kritik anbringen, wenn sie mir auffällt. Und zwar ganz, 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 ganz viele Songs von den Amy Bulls haben das. Der Song baut eine Art Erwartung auf. Man erwartet einen fetten Refrain, man erwartet so ein Vor- und Flan, bam, bam, bam. Man erwartet irgendwas Schnelles. Der Song im Vers, in der Bridge, der baut was auf und dann ist der Refrain total langsam. Und nur Halftime oder so. Und das ist so nervig manchmal, weil ich habe nichts gegen ruhige Songs. Ich mag es, wenn es scheppert, so ist es nicht, aber ich habe nichts gegen ruhige Songs, aber der Song, der verspricht mir einen Schepper-Song und dann ist das nicht. Das macht den Song nicht schlecht. Das sind meine Erwartungen. Aber ich dachte mir dann halt schon manchmal so, oh Mann, weil ich jetzt gedacht habe, jetzt kommt hier so ein richtig fettes Brett und dann ist es was Langsameres. Der Song, der klingt durchaus nice und der ist, also es ist kein schlechter Song, aber er erfüllt nicht die Erwartungen, die er aufbaut. Meiner Meinung nach. Als nächstes haben wir dann Dream and Debris und das ist ein inhaltlich wunderschöner Song über Träume und zerbrochene Träume und über das Loslassen der Vergangenheit und über Veränderungen und ich finde, der ist musikalisch solide, aber nicht unbedingt hervorstechend im Vergleich zu den anderen Nummern auf dem Album. Es ist trotz allem kein schlechter Song, die anderen sind nur einfach besser. Als Nummer 11 haben wir dann den Song Oceans of Grief und das haben wir halt wieder einen Song, der in der Bridge total so einen antreibenden Aufbau hat und dann ist der Refrain halt wieder langsam und das ja ist für meinen ganz persönlichen Geschmack halt manchmal einfach ein bisschen nervig, aber das bin ja nur ich so. Wenn er den meisten gefällt, dann ist er sehr fein und vor allem muss der Song der Band gefallen, weil die haben ihn schließlich gemacht und da kann ich dann gut mit leben. Außerdem gibt es in dem Song einen Part in der Bridge, wo Christoph halt mit seiner hohen Scream-Stimme halt so rumschreit und darunter gelegt ist dann eine ganz ganz tiefe Stimme, die den selben Text mit murmelt. So hört sich es zumindest an fast. Ich konnte nicht ganz ausmachen, wem die Stimme gehört, die tiefe Stimme, aber es klingt verdammt geil, der Part klingt unfassbar geil, da müsst du unbedingt mal drauf achten, wenn er den Song hört. Und das ist ja irgendwie so eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass man ein Album mit einer Ballade oder halt mit einer ruhigen Nummer dann so zum Ende bringt. Und das ist auch hier mit dem Song Together keine Ausnahme. Es ist ein schöner Song, es geht um Gemeinschaft und dass man gemeinsam einfach alles hinbekommen kann und dass man gemeinsam das Gewicht der Welt ertragen kann. Das ist einfach eine wunderschöne Nummer, um so ein Album abzurunden und das ist so ein Feelgood-Song. Der hat so Feelgood-Vibes einfach. Das ist ein schöner Schluss. Doch, auf jeden Fall. Ja, alles in allem finde ich, Love Will Fixed ein solides Album geworden ist. Meiner Meinung nach ist es nicht das beste Emil Bulls Album, nachdem ich das jetzt zwei, dreimal durchgehört habe, bleibt das beste Album für mich Sacrifice to Venus. Aber es freut mich, dass der Sound vom neuen Album nicht so abgedriftet ist in eine Richtung, die mir nicht gefällt, sondern dass man sozusagen die Kurve wieder reingemacht hat in den guten Strahl sozusagen, um mal mit dieser Metapher zu arbeiten. Ich finde es schön, dass einfach der Sound trotz neuer Ideen und neuer Einflüsse sich im Kern so true geblieben ist. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung oder was heißt die richtige Richtung, ein Schritt in eine gute Richtung nennen wir es so, weil Kill Your Demons war ja nicht falsch und Kill Demons war ja kein schlechtes Album. Es war ein verdammt gutes Album, aber halt nicht so gut wie die Alben davor. Meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich habe das Album jetzt so zwei, drei Mal komplett durchgehört und muss zugeben, dass ich mit manchen Songs noch nicht ganz so warm bin, aber ich bin mir echt sicher, dass sich das mit der Zeit legt. Man kennt es ja von neuer Musik, die kennt man ja dann noch nicht und dann kann man die natürlich am Anfang noch nicht so abfeiern, weil es ist ja immer so ein Spagat zwischen der Künstler will Songs machen, die Wiedererkennungswert haben und mit ihm in Verbindung gebracht werden, aber er will sich auch weiterentwickeln und dann ist es immer so, wenn ein neues Album total anders klingt wie das Album davor, dann sind alle so, das klingt gar nicht mehr wie früher und wenn ein Album genau gleich klingt wie das Album davor, dann sind alle so, das klingt genau gleich wie früher, da ist gar keine Innovation dabei. Ich bin mir einfach sicher, dass das Album ein Grower ist und dass es mit jedem Mal höher und besser wird. Da gehe ich schwer davon aus. Ich freue mich schon mega darauf, die ganzen neuen Songs live zu hören. Ich bin sehr gespannt, welche von den ganzen Songs live gespielt werden in Ulm und auf der Tour, die jetzt angefangen hat. weil es ist ja dann auch als Künstler total schwer, irgendwie mit jedem neuen Album wird es schwieriger eine Setlist zusammenzustellen, die jedem passt. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wofür die Jungs sich entscheiden werden. Und ich finde auch, dass die alten Songs die heben sich genug voneinander ab, dass das kein Einheitsbrei ist, sind aber trotzdem gleich genug, um das Album als ein Kunstwerk anzuerkennen und so wahrzunehmen. Also dieser Spagat zwischen altem und neuem Sound und einfach so gleich und unterschiedlich diese Balance zu halten, das ist nicht leicht für einen Künstler. Und die Bulls haben es aber sehr überzeugt hinbekommen und eigentlich wie gewohnt hinbekommen, muss man schon sagen. Abschließend interessiert mich jetzt natürlich, wie findet ihr das Album? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann können wir uns mal drüber unterhalten. Und ich drücke mir das Album jetzt noch ein paar Mal rein, damit ich für die Show am 27. textsicher bin. Und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal in einem neuen Video. Vielleicht ist es das On-the-Road-Video, vielleicht ist es was anderes, ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Bis dahin, Leute, bleibt auf jeden Fall alle gesund, passt auf euch auf, macht's gut, ciao.